Hallo Slotblog-Freunde, ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein etwas anderes Video. Motivation für dieses Video kommt nicht von mir, sondern von euch. Eine der mit am häufigsten gestellten Fragen, die von euch an mich kommt, hat eigentlich mit dem Slotracing gar nichts zu tun, vielleicht indirekt. Und die Frage lautet, woher nimmst du eigentlich die ganze Zeit für dieses Hobby oder für meine Umtriebe im Slotracing-Bereich? Und die Frage möchte ich euch jetzt beantworten. Ich bin mein ganzes Leben selbstständig. Meine erste Aktion war, am 18. Geburtstag einen Gewerbeschein zu holen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert, habe aber meine Internetagentur schon aufgebaut, die ich hier in Nürnberg mit meiner Schwester zusammen habe. Das heißt, ich bin schon immer selbstständig. Selbstständig heißt ja, selbst und ständig arbeiten. Das heißt wiederum, dass ich jetzt keine 40-Stunden-Woche habe, sondern da auch viel mehr schon in der Agentur arbeite. Jetzt kennt ihr aus den anderen Videos noch die zwei Hunde, die ich habe. Das heißt, ich bin zweimal in der Woche im Hundeverrein. Gehen auch noch mal Zeit und Stunden weg. Und dann gehe ich auch noch zum Sport. So, jetzt muss ich jetzt irgendwie Slotblock hier unterbringen. Wie mache ich das? Und den Trick, den habe ich eigentlich vor, ja, jetzt guten zehn Jahren gemacht, gestartet, wie auch immer. Und zwar ist es so, Fernseher nehmen und ab auf den Müll damit. Und was sich daraus dann ergibt, ist Freizeit, die man für die Hobbys nutzen kann. Ich habe mir halt überlegt, wenn ich jetzt Fernsehen schaue, was hier für stumpfsinniges Programm teilweise kommt, das unterhält mich nicht, sondern das hält mich unten. Also Fernseher weg und ich hatte auf einmal wieder Zeit. Statt auf dem Sofa zu sitzen, stehe ich jetzt vor der Kamera zum Beispiel und mache dieses Video. Kann natürlich auch sein, wenn man jetzt wirklich Spaß daran hat, Filme zu schauen, dann ist ja alles in Ordnung, dann macht man das. Aber ich habe mehr Spaß natürlich am Thema Slotracing als beim Schauen von einem Film. Oder ich gehe lieber mit den Hunden raus, als mich vor den Fernseher zu setzen. Deswegen für mich die klare Lösung, Fernseher weg. Und seitdem habe ich Zeit für meine Agentur, für Slotblock, für die Hunde, für Sport. Und es haut alles wunderbar hin. Ich habe auch gar keine Lust, mich aufs Sofa zu setzen und da Ruhe zu geben. Ich mache mal lieber irgendwas gerne. Also das ist die Antwort hoffentlich auf die Frage, woher nehme ich die Zeit. Mein Trick und meine Empfehlung, werft den Fernseher einfach auf den Müll und nutzt die Zeit für das Hobby, für die Hobbys. Natürlich auch für die Frau, hätte ich jetzt fast vergessen. Aber die Frau darf man natürlich nicht vergessen. Also ihr am besten erzählen, ihr werft jetzt den Fernseher weg, um mehr Zeit für sie zu haben. Dann habt ihr hier vielleicht auch die ein oder andere Diskussion weniger. Und irgendwann geht ihr der Frau ja dann auch auf die Nerven. Die schickt euch dann zwangsläufig ins Bastelzimmer und ihr habt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Fernseher weg, Frau glücklich und ihr könnt euer Hobby ausführen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Slot Racing Tag. Bis dann Roland von slotblog.de Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, bitte einfach Kanal abonnieren. Danke, tschüss.